ja moin leute was geht herzlich willkommen zurück zum youtube channel der sativa e-sports clan yo ja und wir sind ja wieder an start in advanced warfare wie ihr sehen könnt ja und ich schwitze hier gerade mit mit ja ihr wisst schon was ich hier spiele mir fällt der name ums verdrecken nicht ein alles im 1 oder so ich habe gar nicht ein aller ich war keine egal man auf jeden fall bin ich hier gerade mega hart auf street eigentlich hätte ich mir nicht gedacht dass ich die runde überhaupt was weiß weil ich so scheiße eigentlich die ganze war aber jetzt glaube ich schon auf 21 oder so das nehme ich ja jetzt nicht als road zu her oder so sondern das ist nur ein kleines ankündigungsvideo mehr oder weniger wieder und zwar wollte ich noch mal ah nochmal bescheid sagen dass ich ja auch sehr oft am streamen bin der ist nicht tot jetzt aber war leute warum naja ich bin sehr oft am streamen und yo ich habe noch nie wirklich was im video darüber gesagt so deswegen kommen auch nur immer die leute die wo ich in den facebook gruppen anwerbe und so also meine youtube community ist ja so in dem sinne gar nicht am start wenn ich hier live stream ähm ja und deswegen wollte ich jetzt mal sagen ich bin sehr oft am live stream da es steckt auch schon sehr viel arbeit drin da habe ich zwar noch nicht noch nicht so viel follower und alles da der klaut er mal der hund ähm ich glaube 60 stück sind es jetzt ja aber es steckt auch schon sehr viel arbeit drin also ähm ja ihr könnt selber sehen es sind geile overlays am start es ist geile musik am start mit titel von der musik und so weiter ähm dann hat auch follower alarm also wenn jemand von euch followert bekommt er sie damit also dann steht dann da willkommen im team oder irgendwie sowas halt und dann der name von denjenigen halt soll klar sein und ja wir sind jetzt auf 25er wenn wir jetzt an sterben ist eine feindliche ja das ist eine feindliche gott sei dank ist die nicht bei mir jungs und mädels soll hier kein diskriminieren alter da ist auf jeden fall einer schauen wir mal ob der kommt nee der ist unten rein gelaufen laufen ok den haben wir wir haben noch eine drohne das ist natürlich wieder sehr 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 nice boah ich hab dachte ich bin tot leute ich hab dachte ich bin tot aber normalerweise wenn ich jetzt keine scheiße mehr baue ich switz hier mal rüber oder ist ein ende da muss da war einer ganz sicher leute ich bin jetzt irgendwie kaum schon nicht dass ich hängen bleiben so was hasse ich alle irgendwo hängen bleiben ist immer leute ist es euer ernst leute ist es euer ernst da werde ich von so einer missgeburt weggeschimmelt von so einer kleinen fotze alter zwei vor oder so oder drei vor ne leute das ist nicht das ist ich werde es jetzt trotzdem hernehmen weil es ein ganz cooles video war oder naja ich habe euch jetzt bisschen was über unseren twitch kanal gesagt und die werde ich jetzt ab sofort natürlich auch immer unten in die beschreibung reinschreiben und dann könnt ihr aber vorbeischauen ich werde heute auf jeden fall auch noch streamen also wenn ihr das video seht bin ich wahrscheinlich schon im livestream also könnt ihr mal direkt vorbeischauen wenn ihr bock habt könnt ihr euch direkt mal anmelden dann könnt ihr auch direkt mit mir schreiben weil ich finde das livestream eigentlich ziemlich cool weil das ich habe jetzt zwar noch keine große community aber trotzdem ist es halt alles näher am geschehen wie wenn ihr euch meine videos rein sitzen ja und da schreibe ich mit euch auch und ihr könnt ihr fragen stellen dies das leute und in dem sinne wir sehen uns beim nächsten video oder im live stream liegt bei euch und lasst ein like da und dann kommen wir wirst ihr wenn euch das video gefallen hat und hier meine haare sind ich habe ausschein der letzte penner weil ich einfach aufgenommen habe egal der haut rein peace